Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Dreigestirn, Wasilevskys, Torkilzen, Pitkemecki wird sich wohl hier um die Medaillen streiten, aber sehr erfreulich, dass zwei Deutsche mit dabei sein werden, Peter Esenwein und Stefan Wink, die beiden Schwaben. Im letzten Jahr war es noch eine zu große Bürde auf der Schulter des jungen Finnen, als er in Helsinki als Goldmedaillenkandidat gehandelt wurde. Übrigens der damalige Weltmeister Wernig ist hier nicht am Start, er hat die Saison fast schon abgebrochen. Untertitelung des ZDF, 2020 I'll be back.